Da kommt unsere grüne Truppe, wa? Hallo. Servus. 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 Wie geht's, wie steht's? Gut. Ist eben eine Herausforderung diese Nummer. Ich weiß, dass der ein oder andere von euch vielleicht gedacht hat, was soll ich da denn mit? Kann sein, ja. Eine Herausforderung. Okay. Cordula Grün. Alles lacht. Sie hieß Cordula Grün, ich hab sie tanzen gesehen. Dann hab ich sie noch gefragt, ob sie morgen mit mir einen Tee trinken mag. Oder ein Fruchtkonzentrat. Wer als erstes verliert, hat den Abendskandil. Auf meine Tee, ne Tee, ne Tee, ne Tee fragte mich, ob ich mit dir nach Hause will. Yeah. Immer ne Szene ist schwer da. In der Pimmel beim Ring steh ich auf und ich singe ein Liebeslied. Ihr graut vor Kitschpoesie mit Riffe, mi, mi, mi. Sie mag Tanzmusik. Cordula Grün. Cordula Grün. Cordula Grün. Cordula Grün. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Cordula Grün. Du wirst so gern anzusehen. Cordula Grün. Ich hab dich. 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 Ich hab dich tanzen gesehen. Mir war's am ersten Tag klar, ich sah dich nur Cordula. Ich hab dich nur noch geträumt. Ich hab noch nur von dir geträumt. Ihr Mann hieß Eva Hagrin. Er hat sie tanzen gesehen. Und dann hat er sie gefragt, ob sie am Morgen danach tat reden darf. Der Text muss ja schwer sein. Vorher gewusst, hätt ich's anders geplant. Und hätt weg gesehen. Ich kon nicht fort von mir gehen. Fing gleich an mich zu drehen. Denn sie tanzen so schön. Cordula Grün. Cordula Grün. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich tanzen gesehen. 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 Zu dieser Nummer hat auch dieser affigen Tanz von dir sogar gepasst. Das war lustig auf jeden Fall, aber ehrlich. Die andere Nummer eins war für mich der Sven. Diese verrotzte Stimme, das kommt natürlich wirklich geil. Auch die Nummer mit, das singst du besser als das Original finde ich. Dann die andere Nummer eins ist der Lukas. Bei Lukas musste ich immer lachen, weil ich habe in seinen Augen gesehen, er so, was mache ich eigentlich in der Gruppe? Das ist natürlich gar nicht deine Musik, null. Aber du hast es gut gemacht, wirklich. Und hier unser Schlagersänger, der es eigentlich so am besten hätte können müssen, war leider nur eine Nummer zwei, sag ich mal. Bei dir musst du wirklich aufpassen, dass du irgendwie sorgst für Überraschungsmomente oder Wow-Effekte. Diese Wow, das braucht diese Show von Runde zu Runde. Ja, das war's schon. Ihr könnt jetzt noch mal ganz kurz weggehen und wir beraten uns kurz. Und dann gibt's schon das bittere Erwachen. Eigentlich bekommen die Kandidaten sofort nach der Performance ihr Urteil. Bei den vier Jungs fällt der Jury die Entscheidung allerdings nicht leicht. Sie will sich noch beraten. Unterhaltsam, glaube ich. Die Jury hat sich gefreut, dass nochmal so ein Kick kam und so. Und ja, einfach pur erleichtert jetzt. Weil man steht die ganze Zeit so und... Philipp ist mit den Nerven am Ende. Die Einschätzung der Jury hat ihn sehr getroffen. Ja, ähm, Freudentränen sind's keine. Gäht das überhaupt? Kopf hoch, Philipp. Noch ist es nicht vorbei. Ich hab halt das Beste gegeben. Tut mir leid. Er hat halt eine Aussätze. Die Jury hat ihre Entscheidung getroffen. Wir sind ja auch so ein bisschen unsere Lieblinge. Und mit denen, die man gern hat, ist man meistens noch ein bisschen strenger, wie ihr wisst. Silvan, du hast uns von der ersten Stunde begeistert. Es ist immer weniger Orang-Utang an dir. Danke. Immer mehr Entertainer. Wir mögen das. Und wir werden dich auch an den Strand mitnehmen auf jeden Fall. Ja! Für dich hat's knapp gereicht auf jeden Fall. Danke. Lukas, auch du bist natürlich einer unserer Favoriten. Willst du mitkommen nach Freiland? Potsdam? Mega gerne. Ah, Philipp. Oh nein, oh nein, oh nein! Oh, Baby! Oh! Wir haben uns da echt viel erhofft von dir. Fast, dass du so die Gruppe mitziehst und mitreißt. Und es ist dann ein bisschen anders gekommen. Und deswegen haben wir jetzt einfach entschieden, dass du trotzdem mitkommst. Oh Mann, das war echt knapp. Jetzt will ich aber auch ein paar ordentliche Freudentränen sehen bei dir, Philipp. Los! Jeder Einzelne hat einfach irgendwas Besonderes. Das passt so. Das kann man wohl laut sagen. Aber als Gruppe sind die vier auch ziemlich cool. Ich hatte mich selber so verdammt hohe Ansprüche. Und ich habe es auch nicht geschafft, das perfekt zu machen. Jetzt sind wir weiter. You did, boy! Du hast es gemacht, Mann. Wie alle. Du hast es gemacht. Highland! Yes! Also, das letzte Mal habe ich schon gesagt, das ist, wie als hätte man das erste Mal Sex gehabt. Das Platz ist jetzt so, als wäre es als einzigster Mann in einem Bus vollen Nudeln. Boah!